Kann ich was für dich tun? Ich muss das nur sagen. Ihr wisst schon, es keine Gefahr gibt und so. Schon? Irgendwie... ...verrückt, das alles. Ich meine... ...komisch. Auf jeden Fall etwas, worüber man nachdenken sollte, glaube ich. Irgendwie hätte ich überhaupt keine Lust nach... ...naja, nach radioaktivem Material zu suchen. Aber Warren Smith sieht das anders. Hier kommt Uranium Rock. ... 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